AON Immobilien präsentiert Ihnen heute in diesem schönen Haus hinter mir eine Zweizimmer-Eigentumswohnung mit großer Dachterrasse. Folgen Sie jetzt mit mir zusammen dieses schöne Haus. AON Immobilien zeigt die Jetzt eine wunderschöne Wohnung in der ersten Etage. Hier sehen Sie mich und die Aufzugsanlage. Wir kommen nun in das Treppenhaus mit insgesamt fünf Wohnungseingängen. Sehr modernes Treppenhaus gepflegt. Das sieht fast wie neu. Und der Eingangsbereich zu Ihrer Wohnung. Zu rechten finden wir einen Abstellraum inklusive der Steuerung für die Heizungsanlage. Der Eingangsbereich L-förmig. Rechts herum kommen wir in das Schlafzimmer. Mit zwei Fenstern abgedunkelt und traurhaften Blick nach außen. Weiter am Ende des Eingangsbereiches befindet sich das WC. Mit bodentiefer Puschtasse. Und nun kommen wir in das große Wohnzimmer. Linke Hand die Anschlüsse für die Küche. Diese Einbauküche wird bei Ihrem Einzug nicht mehr vorhanden sein. Ausblick zur Linken. Und ein Schränk zurück in das Wohnzimmer. Doppeltüre. Und ein sehr großer Balkon. Linke Hand finden Sie den Eingang zur Tiefgarage. Und bezüglich Balkon möchte ich mich korrigieren. Es ist eigentlich eine richtig schöne Dachterrasse. Mit Beleuchtung und Steckdose. Und nochmal zum Abschluss ein Blick ins Wohnzimmer. Ich bin in der Zeit und die Zeit. In der Zeit sind dann immer wieder rein. Ich bin in der Zeit. Ich bin in der Zeit. Vielen Dank.